Einfach mal zu beitragen, wir freuen uns sehr darauf, dass die Künstler Galerie für wirklich tollen Künstlern klappiert sich in das. Und ja, viel Spaß dabei, es sind hier ganz tolle Bilder dabei, ich lasse mich diskutieren. Und ich will jetzt weiterhin bei euch mal weitergehen. Dankeschön und viel Spaß. Danke.